Was ist der Haupteinsatzbereich des Oldergy ist die frühe postoperative Rehabilitation nach Eingriffen an den unteren Extremitäten? Zum einen. Zum anderen kann man es aber auch einsetzen für die Gangschulung von neurologischen Patienten oder für die Gangschule bei Arthrose-Patienten. Auf der anderen Seite kann es aber auch eingesetzt werden bei Athleten, die zusätzlich noch trainieren wollen oder aber bei Patienten, die zur Gewichtsreduktion vorbeischauen. Untertitelung des ZDF, 2020